So, ja, hallo, hallo, servus, ich bin das Mütter, der Alex, und zwar stehe ich gerade hier in Leipzig, vor mir steht hier ein Mirio, der Deutschen Bahn, der fährt in wenigen Minuten ab in Richtung Frankfurt. Und ich nehme euch mit, zeige euch den Bahnwerk hier und wünsche euch viel Spaß. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, dann schaut da unbedingt ein. Da haben wir zum Beispiel den ER20, den Herkules und die Ex-Intregio-Baden gekült. Und in diesem Teil zeige ich euch hier den Mirio, die ICs und die S-Bahn. So, hinter mir fährt jetzt noch ein ICT ein. So, wie eine Erfurter Bahn. Beziehungsweise die Elster-Sahle-Baden in einer Dreifach-Traktion. So, ich mache jetzt noch ein. leider ist mir dann beim abbauen von der kamera das mikrofon quasi abgefallen weshalb ich es noch mal neu einstecken musste scheinbar hat sich das dann nicht gescheit verbunden weshalb jetzt leider mit diesem nervigen hintergrundton das video weiter schauen muss es tut mir auch wirklich sehr sehr leid aber es wäre einfach zu schade gewesen diese aufnahme hier wegzuwerfen besonders wenn ich hier eine v100 lang fährt genauer gesagt das ist die baurei 204 und noch genauer es ist die 204 271 die jetzt hier ins stümpfgleis fährt und dann kopf macht das schöne an dieser 204 ist dass sie noch in dem schönen alt ostdeutschen farbkleid daher kommt nämlich in diesem wein rot mit dem leicht beigen streifen gehen wir darüber in die neuzeit diese 146 zieht diesen ic jetzt nach emden und die v100 hat in der zwischenzeit den richtungsschalter umgelegt und wahrscheinlich schon den fahrdienst leider kontaktiert um die weiche zu stellen und jetzt fährt sie weiter wie ihr sicherlich mitbekommt ist es mittlerweile schon etwas dünkler geworden es liegt ganz einfach daran dass wir es jetzt im video schon halb vier haben also es 15 uhr 30 und es bereits das dämmern beginnt später im video werden wir den leipziger hauptbahnhof noch mal bei richtiger dunkelheit erleben da sind wir nämlich erst um 19 uhr ungefähr zurück nach bayern gefahren und dementsprechend war es da schön dunkel bei dieser aufnahme von der ausfahrt von diesem icet habe ich mich besonders geärgert da ich keinen ton hatte denn ich habe festgestellt der tf hat nicht nur ein makro sondern auch eine lichthupe gegeben und hat mich besonders geärgert dass ich genau dann keinen ton hatte perfekt wer teil 1 geguckt hat weiß ganz genau was da steht wir haben es zu tun mit einer europa 101 beziehungsweise mit der europa 101 wie gesagt ich habe teil 1 mit dem handy aufgenommen und diesen teil jetzt hier mit der kamera und ich hatte mein gutes objektiv drauf wir haben es zu tun mit 101 0 57 strich 8 da hinten haben wir noch eine baureihe 140 einen hamster sowie eine cuptrain vectron und eine trax abgestellt für mich persönlich war es ich glaube sogar eine der ersten oder die erste werbe 101er die ich so aufgenommen habe zumindest mehr oder weniger aufgerüstet denn sie hat ja den vorderen pantographen gehoben ansonsten haben wir hinter der 101 noch eine taurus sowie irgendeine als baulokomotive irgendwie haben wir jetzt bei der aufnahme wieder den ton ich weiß auch nicht was an dem tag mit meinem mikrofon los war so und dann stehen wir jetzt auch schon auf der anderen seite vom bahnhof hier fährt einmal ein hamster ein dieser hamster kommt aus dresden ob der hintere teil allerdings auch aus dresden kommt das ist mir ein geheimnis das könnt ihr mir gerne mal in die kommentare schreiben von hier aus hat man eine ziemlich bessere sicht auf die 101er zumindest auf die front leider fahren in meiner region gar keine 101er mehr somit muss ich wenn ich eine nächste 101er sehen will entweder nach erfurt oder nach würzburg fahren wie man somit erkennen kann wurden ziemlich viele IC1 garnituren durch IC2 und ICEs ersetzt und ich denke auch nicht dass die deutsche bahn den IC1 so lange noch betreiben wird dort drüben steht eine baureihe 155 von intergo sowie ein diesel talent 1 wahrscheinlich von der transdev beziehungsweise der ehemaligen bob apropos talent 1 diese mrb schlängelt sich jetzt hier durchs gleis vorfeld und endet dann hier in leipzig sowie fast alle regionalzüge anders wie zum beispiel die talent 1 von den öbb werden diese hier mit diesel betrieben der vorhin eingefahrene talent 2 macht jetzt wieder kopf und fährt zurück nach dresden und wie man sehen kann wird es immer dunkler und dunkler ein teil 3 aus leipzig wird auch die tage noch online kommen allerdings befassen wir uns da nicht mit dem bahnverkehr am hauptbahnhof beziehungsweise schon ja am hauptbahnhof aber nicht am oberirdischen sondern am unterirdischen denn leipzig hat logischerweise eine mehr oder weniger s-bahn zumindest die s-bahn mitteldeutschland womit wir uns wie gesagt im nächsten video befassen werden hier kommt noch ein wahlfisch der baureihe 641 manche finden ihn schön manche nicht ich gehöre zu ersterem denn ich finde den gar nicht mehr so schlecht was ich euch in teil 1 und teil 2 noch nicht gezeigt habe das sind die abschlungen da hinten da sind mehrere deutsche krokodile sowie ein vt 04 hamburger bauart zudem eine baureihe 93 und wie ihr sehen könnt setzt sich da hinten der wittenberger steuerkopf und die er 20 auch in bewegung das gute die gleiche aufnahme habe ich noch auf dem handy weshalb ihr jetzt diese aufnahme nochmal mit ton hört als ich abbauen wollte ist mir dann der gleiche nochmal entgegen gekommen weshalb ihr kurz nach diesem zug jetzt nochmal zweimal den gleichen seht so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und mit diesem Lichtgruß bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es trotz der Tonprobleme gefallen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen oder übermorgen bei Teil 3 bei der S-Bahn. Bis dann!